So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Sword Art Online Infinity Moments, dem randesten Random LP überhaupt und, ähm, ja, im letzten Part, was haben wir da gemacht? Wir waren mit Asuna im Bett und, äh, what? Das hab ich nicht gesagt, aber ich hab's in Wirklichkeit getan. Guckt euch den letzten Part an, der war eigentlich ziemlich chillig, ich fand den letzten Part besser als den ersten Part, aber, naja, nun gut, äh, scheiß drauf, fangen wir jetzt an, machen mal irgendwas und, was machen die in Dreier, ne? Ne, zwei Leute, die in Dreier machen und dat leckt gerade wie Sau. Dat leckt gerade wirklich wie Sau. Und, ja, das mit den Texturen und so hab ich immer noch nicht hinbekommen, leider, und, ähm, oh. Die Lambert irgendwas von wegen 76. Ebene, dies, das, Ananas. Frauen, äh. Frauen, zäh? So, was passiert jetzt? Ah, das ist Lizbeth, äh, Lisa, Liz, Liz, genau, so hieß die, Liz. Auf jeden Fall, ähm, die ist die Waffenmeisterin, sozusagen, beziehungsweise die, die, äh, für Kiritoman Schwert entworfen hat, Lizas, Ananas, und, ja, ähm, die sieht man im Anime an sich, glaube ich, auch nicht wirklich oft. Das war nur in ein paar Folgen und ihr merkt, ich bin jetzt nicht so ein großer SAO-Sucht, die und so weiter und so fort und what the fuck. Ich hab' nichts gemacht, bitte komm mir nicht näher. Flashback. Siehst du, ich hab' dich verzaubert. Dank dir. Locker guckt, mindestens ein Japaner, dieses Let's Play, ne? Ne, höchstens, was für mindestens. Höchstens ein, zwei Japaner werden überhaupt irgendwie, dieses Let's Play gucken, die auch Deutsch können. Und, die werden mich so auslachen dafür, wie ich hier so scheiße labere, während die etwas labern und blaa und blie und blub. Was, du willst mit Liz ins Bett gehen? Wieso? Aber, vielleicht könnten wir ja... Was? Du hast schon... Achso, na, das... Ja, du hast zwei... Du hast zwei Mädchen. Bist du jetzt zufrieden, Kirito? Was denn? Ähm... Okay, dann machen wir das so. Asuna, ich und du. Alle drei. Okay. Anscheinend sind sie nicht zufrieden. Anscheinend passt das auch Asuna. Why not? Fang wann? Let's go. So. Passt perfekt, ne? Ach, scheiße. Aber das ist echt krass übersteuert mit dem Licht hier. Das ist wirklich, äh, nicht schön, ne. So, NPC. Jo, 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 jo. Hoi. So, ähm... Gucken wir mal. 0,1 machen wir jetzt einfach mal. Ne, das ist was anderes. Ne, ne, ne. Das ist eine Mission. Das ist eine, äh, Mission. Ja. Quest. Ja, perfekt. Wir haben eine Quest bekommen. So, mit dieser Quest. Ähm... Nicht Dragon Quest. Ne, mit dieser Quest werden wir jetzt irgendwo hingehen müssen. Wohin weiß ich selber noch nicht. Aber, äh, der Weg, äh, der wird kein leichter sein. Ne, ne, das ist was anderes. Das ist einfach nur... Na, das habe ich schon alles. Äh, das habe ich schon. Das habe ich alles schon. Was habe ich damit? Hallo, hörst du mir überhaupt zu? Anscheinend nicht. Na, geht gar nicht, klar. Diese Leute von heutzutage, ne, die hören einem gar nicht mehr zu. Okay, ähm, ich würde sagen, können wir mehrere Quests gleichzeitig nehmen. Okay, ich würde sagen, einmal zurück. Und dann, äh... Ne, so... Alter, Verwalter, das ist so scheiße hier, nichts zu verstehen. So, annehmen. Gut. Ja, mit diesen zwei Sachen müssten wir uns jetzt irgendwie auf den Weg nach irgendwo hin machen. Und ja, nach irgendwo hin. Why not? Kann man auch so so... Kann man auch so so. Ja, kann man auch so so, genau. Ähm, wo müssen wir denn jetzt hin? Da ist ein Ausrufezeichen. Ich glaube, dann geht es hier entlang. Gut, dass die das Spiel so einfach gestaltet haben. Was ist das denn? Ah, das ist die eine. Wie hieß die nochmal? Ähm... Kinito meinte einmal, äh, von wegen, dass die... Ne, das wird einfach viel zu sehr in den Anime reingehen und scheiß drauf. Ich hab den Namen aber vergessen. Ähm... Aber die war sweet. Die war echt sweet. Hihi, 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 hihi. Oh, Yui, noch sweeter. Kawaii, das ist wirklich kawaii. Aber ich finde das wirklich kawaii. Ob du es glaubst oder nicht. Ich bin auch kawaii und bla und bla, Allah. Ich will jetzt kämpfen. Komm schon, bitte. Ich kann das nicht länger aushalten hier. Alles nur Zwischensequenzen. Ne, Zwischensequenzen, ne? So, in Anführungszeichen. Ja, ja, gut. Bla, 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 bla. Ah, do, 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 do. Ja, Kilito. Kilito-kun. Aber Ja, ja, komm, jetzt mach keinen Scheiß Endlich, so Wohin geht's jetzt, können wir da hin Anscheinend ist irgendwie immer noch das Tutorial aktiv Weswegen auch immer Keine Ahnung, und jetzt Bäm, Schwert, dies, das, wieso habe ich so ein hässiges Ding Nein, ich habe mir dieses hässige Schwert gekauft, ich will ein anderes, ich will ein anderes Ich will was anderes, so Ne, 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 komm, wir gehen jetzt erstmal Asuna, hör mal Ich kann auch so kämpfen, ich bin ein Mann Ja, wir werden irgendwie schon durch dieses Let's Play kommen So, also an solchen Sachen Wird's glaube ich nicht scheitern bei dem Let's Play Bei diesem, bei dem Let's Play Wie ich mich so Verhasple, ne, richtig krass Aber ich muss ehrlich zugeben, ich bin schon etwas Nervös wegen dem Let's Play, ich hoffe Aber ihr nehmt mir das nicht übel, weil Wegen, äh, Baum Ja, okay, scheiß drauf, wir werden jetzt erstmal mit diesem Degen Hier, äh, versuchen irgendwas zu machen Kann ja nicht so nutzlos sein So, und die drei gehen anscheinend immer wieder nach hinten Also, äh, zur Stadt Aber, naja, egal, Jodo Fangen wir an Bäms, wir können gegen die Dinger kämpfen und Komm schon, komm schon Bäms, und dann Bäms, und dann Bäms, und Bäms Und Wieso können wir denen nichts abziehen? Wart mal ganz kurz Ich hab keine Special Moves mehr Nein Scheiß, die Wandern Wieso hab ich keine Special Moves mehr? Wieso hab ich keine Special Moves mehr? Komm, setzt doch irgendwas ein Kann doch nicht sein Komm Wie, Mist Lass mich verarschen, aber ich will dich besiegen Nicht, weil ich tot sehe Aber so eine Riesen-Wespe ist schon ein bisschen ekelhaft, ne? Level 76 Kirito ist da auf Level Ja, 97 Muss doch gar kein Problem sein, eigentlich Kann ich auch nicht einsetzen Geil Bringt jetzt auch was, ne? Ja, der versteht mich Der versteht mich Oha, Arsena, geh nicht ab Geh nicht ab Geh nicht ab Oh, Tod Tod, Leben Tod, Leben Tod, Leben Okay, das sieht schon geil aus, irgendwie Ja, Arsena sieht genauso geil aus Ha, Arsena Gut, auf jeden Fall Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ähm, gucken wir mal Das ist falsch Hier geht's nicht runter Ist auch voll logisch und so, ne? Achso Oh Okay, man könnte drüber springen Aber naja Ja, komm, ich wollte Ich wollte doch nicht kämpfen, ey Ich will aber auch nicht Arsena die ganze Arbeit erledigen lassen Kann doch nicht sein, dass ich hier nichts mache Komm Komm schon Riesenhornisse Todeshornisse Ja, das wäre, glaube ich, so mehr oder weniger die freie Übersetzung von diesem Viech Wieso zieht Asuna so mega viel ab? Ich will auch Kann doch nicht sein, dass ich mit solchen Dingssachen hier gammle Na, egal, komm Asuna, weiter geht's Auf nach Baumhausen City Nein Mal gucken Wo kannst du hier denn eigentlich nur weiter? Ja, hier, ne? Gibt's ja auch nichts anderes Gibt's ja auch Ja, mein Deutsch ist einmalig Ich weiß, ich weiß Oh, geil Gut, ähm Ich würde sagen Wir kämpfen jetzt einfach mal gegen dieses fette Viech hier War es nicht so, dass sie am Anfang Also Kirito und Klein Dass sie am Anfang schon gegen dieses Mega große Viech hier gekämpft haben Ich glaube irgendwie schon Ja, Asuna, geh nicht ab Hier, ich will auch noch was tun Nice Ne, hat er nicht gesagt Schade, hätte ja sein können So, aber Was ich jetzt gucken wollte Ähm Alles klar Okay Ähm Aber ich find's gut Dass sie hier noch ein paar andere Spieler Reingebaut haben Denn Ja, sonst wär das so mit dem Realismus Genau Mit dem Realismus Wäre das dann nicht so gut Ne Ne Eigentlich nicht Wäre dann nicht so Dann Bombe und so So, komm Hier, noch einmal Und Dann Müsste das Ding auch Down sein Kann ich eigentlich angreifen Nur so Ich hoffe, dass das Einzige ist Was ich machen kann Weil anscheinend Habe ich keine vernünftigen Schwertskills Das mich ziemlich abfuckt Ich kann aber auch Am Schwert an sich liegen Warte mal Äh Wir gehen jetzt einfach mal Ganz kurz wieder zurück Um zu gucken Ob Ähm Ja, ich auch andere Sachen Bekommen kann Also Auch andere Schwerte Und so Weil ich will ein vernünftiges Schwert Und Boah Was wäre ein Mann ohne Vernünftiges Schwert Ne Ja, genau Immer noch ein Mann ohne Schwert Sehr poetisch Ich weiß So Auf jeden Fall Ähm Erstmal hier rein Ab ins Dunkle Und anscheinend hat mich Irgendjemand bei Skype Angeschrieben Naja Whatever So Gucken wir mal Ähm Anscheinend können wir hier Nicht schneller laufen Das ist so eine Sache Die mich gerade ein bisschen nervt Es wäre gut Wenn wir das ein bisschen Beschleunigen Beschleunigen könnten Aber Ne Ich glaube Das würde so enden Wie bei Pokémon Weiß 2 Dass ich nur noch speeden würde Und das wollen wir ja nicht Ne Das wollen wir echt nicht So Gucken wir aber erstmal Ähm Schwert Hallihallöchen Äh Dann Schwert Natürlich das Beste Vom Besten Für den Boss Und Ähm Anscheinend bringen Die Schwerter mehr Ich weiß nicht Ich will jetzt aber auch Nicht alles dafür ausgeben Weißt du Gucken wir mal Gehen wir mal weiter Und sprechen die Toaster mal an Was hat die für uns Ah die hat für uns Kleidung Lol Wir können verschiedene Achso Das kann jeder Ah ok Alles klar Habs kapiert Habs kapiert Okay Hier gibt es anscheinend auch nicht viel Aber ich will trotzdem mal kurz Das Equipment wechseln Ähm Main Und dann so Dann gehen wir mal wieder zurück Ne Mal gucken Vielleicht wird das ja was Hallihallöchen Oh Kommt jetzt kein Orgasmus Oder Ein bisschen zu jung für sowas Ein bisschen So auf jeden Fall Ähm Erstmal wieder zurück Und der Part ist anscheinend schon fast wieder zu Ende Ich finde Jetzt mal ganz ohne Spaß Ich finde dieses Let's Play Projekt Ist eher so ein chilliges Projekt Also ich dann und wann mal aufnehme Wie gesagt Es wird nicht immer kommen Also es wird da keine festen Zeiten geben Ich lade das an Einfach hoch Oh Das bombt Aber es ist ein bisschen zu schwer Glaube ich Ein bisschen Ein kleines bisschen So Komm Greif an Bams Komm 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 Greif an Greif an Greif an Okay Wieso greif es nicht Ja komm Geil Komm noch einmal Kann ich nichts einsetzen Kann doch nicht sein Es kann echt nicht sein Dass ich hier mit allem feile Ne Das ist so ein Ding der Unmöglichkeit Mehr oder weniger Egal Wir haben es geschafft Congratulations So aber erst mal Equipment Kann ich irgendein Sehe ich auch so Ich werde das immer in solchen Momenten machen Jetzt weiß ich wieso die das eingebaut haben Das ist damit Asuna Also Yuki Asuna Asuna Man nennt die ja voll Oft anders Keine Ahnung Asuna Asuna Wie auch immer Hat sich irgendwie gereinnt Ja wir waren schlechter Reimer Whatever Ever Ever Hey Hey So greif an Kann ich nicht damit angreifen irgendwie Ja warte mal Den müsste ich doch jetzt irgendein Ich will den angreifen So Greif der an Komm Komm Greif an Use Hier steht nur Use Aber gibt es keinen normalen Angriff Den ich ausführen kann Ich glaube ich muss erst mal ein paar von diesen Viechern hier wegkloppen Ja ganz normal bei einem MMO Ist klar Erstmal ein paar Viecher zerstören Und dann alles gut Aber irgendwie macht nur Asuna was Weil Irgendwie komme ich mit der Steuerung auch nicht so wirklich klar Ähm Kirito Einsetzen Ey das ist echt geil Das kann man so oft einsehen Ich finde das mega Ich finde das ohne Witz mega Komm hier erstmal Ähm Wir haben immer noch keine Schwerzskills Das ist doch nicht So komm noch einmal angreifen Und da ist es Oh nicht bin Nicht bin Ah Lass du noch mal Das Ding Ich mach das Ding Ich mach das Ding Ich mach das Ding Ich mach das Ding Kann ich das Viech nicht angreifen Hallo Ich will kämpfen Was machst du da Kirito So angreifen Komm Das ist ein bisschen zu stark für mich Und mein Leben schwindet so oder hin Mein Leben schwindet so oder hin So Ich glaube wir machen ein bisschen zu viel Und das Ding ist Ich kann keiner Keinen einzigen vernünftigen Schwerzskill Einsetzen Was machst du da Kirito Füllt sich wenigstens mein Leben auf Ne nicht wirklich Ja ich würde sagen Wir rennen am besten mal weg Weil das kann echt in die Hose gehen Hallo Ja löschen Wollt ihr mir helfen Alter Verwalter Komm hier Ich sehe nichts Kirito Der Scheiße Tu jetzt endlich mal was Kann doch nicht sein Dass du deine Freundin Hier alles machen lässt Ich liebe euch drauf Das ist echt nicht gut Ich brauche einen Trank Ähm Items Ne Ne Nicht Ja doch Items Einsetzen Ähm Trank Einsetzen Ist es richtig Okay ich würde sagen Wir gehen jetzt einfach mal weiter Das war anscheinend doch nicht so schlau Die Viecher sind schon stark So ist es nicht Ähm Item Einsetzen Das bringt nichts Ah doch 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 Bringt was gut Ähm Ja okay Leute Ich würde sagen Ich beende den Part jetzt einfach mal hier Keine Ahnung wie es jetzt weitergehen soll Es ist schon ein bisschen kompliziert Das müsst ihr zugeben Und ja Kirito Du hast das Schlusswort Nice Sehe ich auch so Bis zum nächsten Mal meine Freunde Bis dahin Haut rein Und ciao Euer Matt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal